Du wirst nicht glauben, welcher Neuzugang gerade bei Eintracht Frankfurt eingetroffen ist, um dem Kader eine große Verstärkung und einen neuen Versuch zu bringen, die Leistung des Teams zu verbessern, die, sagen wir mal, nicht auf ihrem besten Niveau ist. Es ist ein neuer Name, der die Fans überraschen wird. Alle reden schon darüber und ich möchte wissen, ob du zu denjenigen gehörst, die diesen Neuzugang unterstützen oder nicht. Aber bevor ich es dir erzähle, wenn du ein echter Fan bist, überprüfe, ob du bereits auf dem Kanal abonniert bist und die Benachrichtigungen aktiviert hast, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Eintracht Frankfurt promoviert Anas Alaoui in den Profikader Eintracht Frankfurt, ein Bundesliga-Verein, hat die Beförderung von Anas Alaoui in den Profikader offiziell bekannt gegeben. Das junge deutsch-marokkanische Talent, 18 Jahre alt, hat einen Profi-Vertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren unterschrieben, gültig bis zum Sommer zweit aus N26 mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison, wie der Verein mitteilte. Alaoui, gebürtig aus Mainz, wechselte 2020 vom SVW in Wiesbaden nach Mainz. Kürzlich hatte er die Gelegenheit, an Trainingsspielen und Testpartien mit der ersten Mannschaft teilzunehmen, wobei er sein Potenzial zeigte, um in die Profimannschaft aufgenommen zu werden. Adlerträger, erzähl mir in den Kommentaren. Bist du begeistert von der Beförderung von Anas Alaoui in den Profikader? Hat dir dieser Neuzugang Hoffnung auf eine Verbesserung der Gesamtleistung des Teams gegeben? Ja oder nein? Vergiss nicht, den Daumen hoch zu geben, um deine Unterstützung für den Herzensverein zu zeigen und abonniere, indem du die Glocke aktivierst, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ein Update-Video veröffentlicht wird. Ich erwarte dich im nächsten Video. Und es gibt so viele Neuigkeiten, die du dir nicht vorstellen kannst. Wenn ich du wäre, würde ich das auf keinen Fall verpassen.